Smarana, ihr Lieben, ich möchte euch gerne einladen zu meiner Friedensmeditation am Sonntag, den 16.05. abends um 19.30 Uhr. Und zwar werden wir zusammen für den Frieden meditieren. Wir werden das Friedenslicht ausdehnen und über die Erde schicken, genau an die Plätze, wo es gerade wichtig ist. An die Plätze, wo diese Kriegsenergie so heftig ist, da möchte ich mit euch wirken und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Wir treffen uns auf meinem Kanal zur Live-Sendung. Ja, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und herzlichen Dank für deine Liebe und für dein Licht. Smarana, Smarana, Smarana.